In der Prüfung siegte mit der Wertzahl 8,0, 161, Fiasco Christian Gesing, vom Rheidsportverein Essen. An zweiter Stelle die 137, Downtown mit Regina Büth vom Rheid- und Pfarrverein Lohhausen, ihre Wertzahl 7,7. Dritter, die 215, Heidi mit Silke Lutschak vom Rheid- und Pfarrverein Kars, die Wertzahl 7,5. Vierter, die 195, Frieda Gold mit Laura Nowak vom Rheid- und Pfarrverein St. Georg Mühlheim mit 7,4. Die 7,3 auf dem fünften Platz, die 298, Paddington mit Jasmin Luther-Klaas. Zwei Teilnehmer auf dem sechsten Platz, einmal Julia Beudeau, die Reiterin hat Dispens vom Rheid- und Pfarrer Tanz mit Claudia Hüttenbrink vom Neufs-Grefrater-Reitclub. Die Wertzahl hier 7,2. Achter, die 156, Federtanz mit Terren von Schöning, vom Gastgebenden Verein, die Wertzahl 7,1. Neunter, die 23, Bernice mit Ina Tempel vom Ressur- und Sprengverein Kempen, 7,0 hier die Wertzahl. Zehnter, die 109, mit Christina Hoffmann, 6,8. Und Elfter, die 305, das ist Sandra Hüttenbrink vom Rheid- und Pfarrverein Felberg, hier die Wertzahl 6,7. Die Siegerhund wird vorgenommen vom Mitglied der Jury, der Herr Bodo Mayburg. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger Christian Giesing, aber auch allen Platzierten und bei Tönen der Musik bitte ich abzubrechen. Die Jury-Runde. Die Jury-Runde. Die... Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.